Gibt es einmal Zeiten, wo es härter ist? Wie ist es gerade? Ja, es ist härter. Ist das die härteste berufliche Situation Ihres Lebens? Mitunter, ja. Haben Sie viele Fehler gemacht? Nach meiner Bewertung und der Bewertung derer, die mich auch juristisch beraten, ist diese Entwicklung dieser Pkw-Maut, also Infrastrukturabgabe, nach Recht und Gesetz gelaufen. Und wir haben auch in allen Punkten Recht, so. Und das wird jetzt ausgestritten. Mehr ist es nicht. Natürlich wird darüber ein politischer Streit gemacht. Es ist eine grün-gelbe Hetzkampagne, die natürlich auch von der Opposition, wenn ich mir die Argumente anschaue, dann wird gesagt, es sind hunderte Millionen Euro, natürlich, die, nein.